Eure Kinderrechte In dieser Broschüre verwenden wir das sogenannte Gendersternchen. Du findest es zum Beispiel bei Wörtern wie SchülerInnen. Mit dem Stern sollen auch die Menschen angesprochen werden, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugehörig fühlen. Was sind Kinderrechte? Was sind Kinderrechte? Für alle Menschen unter 18 Jahren gibt es besondere Rechte. Die Kinderrechte. Jedes Kind hat diese Rechte, einfach deshalb, weil es ein Kind ist. Sie können Kindern also nicht gegeben oder dürfen ihnen auch nicht weggenommen werden. Und Kinder müssen sie auch nicht verdienen. Im Gegenteil, sollen Kinderrechte beschränkt werden, müssen Erwachsene richtig gute Gründe dafür haben. Kinder und Jugendliche brauchen ganz besondere Schutz-, Förder- und Beteiligungsrechte. Die Schutzrechte sollen sie zum Beispiel vor körperlicher und seelischer Gewalt oder vor Ausbeutung schützen. Damit Kinder und Jugendliche gesund aufwachsen und sich richtig entwickeln können, gibt es die Förderrechte. Sie stellen sicher, dass ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Vor allem mit Blick auf ihre Gesundheit, Ernährung, Bildung, Identität und ihren Lebensstandard. Die Beteiligungsrechte schreiben vor, dass Kinder und Jugendliche angehört werden und ihre Meinung und Vorstellungen beachtet werden müssen. Geschichte der Kinderrechte Wusstest du, dass es im Mittelalter wohl gar keinen Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen gab? Oder dass sich im Laufe der Zeit das Verständnis dafür, wie Kinder so sind, ganz oft verändert hat? Mal wurden Kinder als unschuldig und schützenswert angesehen, dann wieder als wild und gefährlich und wieder andere meinten, dass Kinder geformt werden müssten, damit alle gut zusammenleben können. All diese Ideen haben sich auch auf die Kinderrechte ausgewirkt. Es dauerte allerdings sehr lange, bis die Kinderrechte aufgeschrieben und für alle Unterzeichnenden zur Pflicht wurden. Am Anfang des 20. Jahrhunderts wurden vereinzelt Schutzregeln für Kinder in Vereinbarungen zwischen einigen Ländern aufgenommen. Zum Beispiel, um Mädchen davor zu schützen, verkauft zu werden. Alle Kinder wurden erstmals 1924 in der Genfer Erklärung berücksichtigt. Da ging es zum Beispiel darum, wie Kinder durch Erwachsene vor Hunger oder Vernachlässigung geschützt werden können. Was Kinder selbst wollten und aus ihrer Sicht brauchten, spielte noch keine Rolle. Auch waren die Vereinbarungen rechtlich unverbindlich. Das heißt, die Länder mussten sich nicht daran halten. Das galt auch für die UN-Kinderrechtserklärung von 1959. Diese enthielt aber schon eine ganze Menge einzelner Kinderrechte, zum Beispiel für Kinder mit Behinderung. Inzwischen begann sich immer mehr Menschen für Kinder und ihre Interessen zu interessieren. Das sorgte dafür, dass sich auch immer mehr Länder mit jungen Menschen und ihren Bedürfnissen befassten. 1989 entstand aus den vielen Gesprächen und Ideen die UN-Kinderrechtskonvention. Die Rechte der Kinder sind in der UN-Kinderrechtskonvention in 54 Artikeln festgeschrieben. Was da genau drin steht, erfahrt ihr hier. Das Kindeswohl ist ein Grundpfeiler der UN-Kinderrechtskonvention. Kindeswohl heißt, dass es einem Kind körperlich und geistig gut geht. In Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention ist festgehalten, dass das Kindeswohl vorrangig zu beachten ist. Das bedeutet, dass bei allen Entscheidungen, die Kinder und Jugendliche betreffen, das Wohl des Kindes als besonders wichtig berücksichtigt werden muss. Der Kindeswohlvorrang ist so wichtig, dass er sich auf alle anderen Kinderrechte auswirkt. Denn alle Kinderrechte verbindet, dass es den Kindern durch diese Rechte gut gehen soll. Warum ist das Kindeswohl so wichtig? Erstens, Kinder sind meistens verletzlicher als Erwachsene. Zweitens, wir alle leben in einer Welt, die von Erwachsenen für Erwachsene gemacht ist. Da passiert es schnell, dass die Interessen von Kindern übersehen werden oder die Interessen der Erwachsenen vorgehen. Die UN-Kinderrechtskonvention will dieses Ungleichgewicht ausgleichen. Deswegen soll das Wohl der Kinder ein besonders wichtiger Gedanke sein, wenn Entscheidungen getroffen werden oder etwas passiert. Was genau ist das Kindeswohl? Obwohl das Kindeswohl so wichtig ist, steht nirgendwo in der UN-Kinderrechtskonvention, was das genau ist. Das liegt unter anderem daran, dass Kinder auf der ganzen Welt ganz unterschiedlich sind und leben. Deshalb brauchen und wollen sie auch Unterschiedliches. Was das Kindeswohl genau ist, muss deshalb in jedem Fall und für jedes Kind einzeln bestimmt werden. Damit das gut klappt, gibt es Hilfsmittel und Kriterien. Das Wichtigste aber ist, das Kind muss angehört werden, damit seine Meinung mit in eine Entscheidung einfließen kann. Deswegen sind das Kindeswohlprinzip und das Beteiligungsrecht sehr eng miteinander verknüpft. Meinung und Beteiligung Artikel 12 UN-Kinderrechtskonvention Kinder und Jugendliche haben ein Recht darauf, sich bei allen Fragen zu beteiligen, die sie betreffen. Das Recht auf Beteiligung ist vor allem in Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention festgeschrieben. Wer weiß am besten, was Kinder wollen? In der Politik werden die Meinungen und das Wissen von vielen verschiedenen Personen eingeholt, um gemeinsam eine faire und gute Lösung für Probleme zu finden. Dabei sind vor allem ExpertInnen gefragt, um die Bevölkerung zu vertreten. Kinder und Jugendliche machen ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung aus. Sie sind die besten ExpertInnen zu Themen, die sie selbst betreffen. Deshalb ist es besonders wichtig, Kinder und Jugendliche direkt zu beteiligen und nach ihrer Meinung zu fragen. Unabhängig von ihrem Alter. Wo und wie können sich Kinder und Jugendliche beteiligen? In Deutschland werden Kinder und Jugendliche noch immer nicht in allen Bereichen beteiligt und angehört, die sie betreffen und in denen sie deshalb mitreden müssten. Aber es gibt bereits viele verschiedene Möglichkeiten und Projekte, wo Kinder und Jugendliche beteiligt werden und wo sie ihre Meinung mitteilen können. Jugendverbände und Ringe Es gibt ganz viele unterschiedliche Jugendverbände und Jugendringe. Junge Menschen kommen zu verschiedenen Themen zusammen und arbeiten gemeinsam daran. Welche Jugendverbände es so gibt und was die machen, findest du zum Beispiel hier. www.dbjr.de Kinder- und Jugendparlamente Die Mitglieder des Kiupa werden von den Kindern und Jugendlichen des Wohnorts für eine bestimmte Zeit gewählt. Die gewählten Kinder und Jugendlichen setzen sich in der Politik für die Interessen, Wünsche und Probleme von Kindern und Jugendlichen in ihrem Wohnort ein. Kiupa sind also Interessenvertretungen von Kindern und Jugendlichen. Kinder- und Jugendbeiräte Ein Kinder- und Jugendbeirat ist eine Form der Einbeziehung und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an kommunalpolitischen Entscheidungen und Prozessen. Jugendbeiräte sind politische Gremien und bestehen aus gewählten VertreterInnen der Kinder und Jugendlichen der Kommune. Kinder- und Jugendbüros Sie setzen sich auf kommunaler Ebene für mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ein. Du kannst dich mit deinem Anliegen an das Kinder- und Jugendbüro in deinem Wohnort wenden. Und das hilft dir bei der Umsetzung. Klassen- und SchülersprecherInnen Wenn du von deiner Klasse oder deiner Schule gewählt wirst, bist du Ansprechperson für die Lehrkräfte und für SchülerInnen. Wahlen In einigen Bundesländern kannst du bei Landtags- oder Kommunalwahlen bereits ab 16 wählen. Deswegen wird in der Politik diskutiert, ob auch für Bundestagswahlen das Wählen ab 16 Jahren möglich sein soll. Außerdem gibt es die U18-Wahlen. www.u18.org Weitere Beteiligungsmöglichkeiten Kinder- und Jugendforen Konferenzen Versammlungen Tische Jugendjuries Kinder- und Jugendvollversammlungen KlassenrätInnen Digitale Plattformen Webdays Digitale Kinder- und Jugendversammlungen Was ist Scheinbeteiligung? Was ist echte Beteiligung? Mittlerweile bemühen sich viele Menschen, Kinder und Jugendliche anzuhören und sie zu beteiligen. Aber nicht immer entsteht dabei echte Beteiligung. Manchmal werden Kinder und Jugendliche zum Beispiel zu Veranstaltungen eingeladen, können aber nicht selbst mitreden. Oder sie werden zwar angehört, ihre Meinung hat aber am Ende keinen Einfluss auf die Entscheidung. In solchen Fällen redet man von Scheinbeteiligung. Bei echter Beteiligung ist es wichtig, dass Kinder und Jugendliche von Anfang an bei Entscheidungen einbezogen werden und den ganzen Prozess mitgestalten können. Senna Senna 13 hat 2019 am zweiten Kinderrechtsreport an die Vereinigten Nationen mitgearbeitet. Für den Kinderrechte-Report hat sie sich ein eigenes Projekt überlegt, welches sie selbstständig umgesetzt hat. Um in ihrer Stadt Bielefeld mehr Beteiligung von Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, hat sie sich in den Kopf gesetzt, ein Kinder- und Jugendparlament aufzubauen. Nach der Planung und der Vernetzung mit Personen, die ihr helfen konnten, ging es für Senna auch schon los. SchülerInnen der zweiten und dritten Klassen dreier Bielefelder Schulen konnten vier interessierte Kinder wählen, die an der ersten Sitzung teilnahmen. Beim ersten Treffen ging es um Themen zur Verbesserung des Schulhofs und der Situation von Lehrkräften sowie ErzieherInnen. Dank Sennas Einsatz wurde das Kijupa inzwischen vom Jugendausschuss beschlossen und soll in den städtischen Haushalt aufgenommen werden. Die Politik könnte zum Beispiel mehr Jugendparlamente integrieren. Damit könnte man Kinder und Jugendliche dazu veranlassen, dass sie sich politisch engagieren, politisch informieren und dann auch mitbestimmen. Und dann könnten sie über ihre eigenen Rechte auch mitdiskutieren und könnten ihre eigenen Rechte auch wirksam machen. Bastian, 20 Jahre. Ich finde gut, wenn ich gefragt werde, was ich will. Oskar, 6 Jahre. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Niemand darf benachteiligt werden. So steht es in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und in der UN-Kinderrechtskonvention. Trotzdem werden Menschen im Alltag unterschiedlich behandelt. Auch Kinder und Jugendliche. Manche von ihnen werden benachteiligt oder gemobbt. Zum Beispiel wegen ihrer Hautfarbe oder ihrer Religion. Man sagt dazu auch, sie werden diskriminiert. Auch in der Schule werden Kinder und Jugendliche benachteiligt. Das sind vor allem Kinder und Jugendliche aus anderen Ländern oder aus armen Familien. Aber auch Kinder mit Behinderungen leiden unter Diskriminierung. In Deutschland und Europa gibt es Menschen, die radikale Position haben und die Demokratie schlecht finden. Manchmal behaupten sie, dass manche Menschen mehr wert sind als andere. Diese Behauptung ist menschenfeindlich. Deshalb ist es sehr wichtig, dass sich alle darum kümmern. Niemand darf benachteiligt werden. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht. Hilfsangebote. Wenn ihr Erfahrungen mit Diskriminierung oder Mobbing gemacht habt, könnt ihr Hilfe bekommen. Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes berät und unterstützt Menschen, die Benachteiligungen oder Diskriminierung erfahren haben. www.antidiskriminierungsstelle.de Das Netzwerkzeichen gegen Mobbing informiert und berät Menschen, die von Mobbing betroffen sind. Schutz vor Gewalt Artikel 19, 34-37 UN-Kinderrechtskonvention Zu Hause, in der Schule, in der Freizeit oder auch im Internet. Kinder sollen überall vor Gewalt geschützt werden. Es gibt viele verschiedene Formen von Gewalt. Deshalb gibt es mehrere Artikel in der UN-Kinderrechtskonvention, die Kinder und Jugendliche vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt, Ausbeutung und Vernachlässigung schützen sollen. Manche Kinder sind trotzdem von Gewalt betroffen. Andere Kinder werden von ihren Eltern vernachlässigt. Dann ist ihr körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden in Gefahr. Man sagt dazu auch, dass Kindeswohl es gefährdet. Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf Schutz vor körperlicher, sexueller und seelischer Gewalt. Der Kinderschutz ist in Deutschland besonders gesetzlich geregelt. Zum Kinderschutz gehört zum Beispiel, dass für bestimmte Berufsgruppen vorgeschrieben ist, wie sie vorgehen müssen, wenn sie den Verdacht haben, dass das Kindeswohl gefährdet ist. Zudem hat das Jugendamt den Auftrag, sich um Kinder und Jugendliche zu kümmern, die Gewalt ausgesetzt sind. Hilfsangebote Wenn ihr Erfahrungen mit Gewalt oder anderen Kinderrechtsverletzungen gemacht habt, könnt ihr Hilfe bekommen. Die Nummer gegen Kummer hilft Kindern, Jugendlichen und Eltern bei kleinen und großen Sorgen. Sie bietet eine Beratung bei Einfragen, Sorgen und Problemen. Die Jugendnotmail bietet eine Online-Beratung für alle Kinder und Jugendlichen für alle Themen und Lebenslagen. www.jugendnotmail.de Luisa Hallo, ich heiße Luisa und bin 15 Jahre alt. Ich lebe im SOS Kinderdorf in Thüringen. Dort lebe ich schon seit knapp neun Jahren. Ich war gerade sechs Jahre alt, als plötzlich das Jugendamt und die Polizei vor der Haustür bei meiner Mom standen. Den Grund dafür weiß ich nicht mehr so genau. Die offizielle Begründung war Missachtung von Kinderrechten und Gewalt gegen Kinder. Ich habe noch eine kleine Schwester. Damals war sie zweieinhalb Jahre alt. Wir wurden für einige Monate im Schlupfwinkel untergebracht. Ich kam schließlich in die erste Klasse. Am 13. September 2013 wurden wir dann in unser neues Zuhause gebracht und fühlten uns glücklich. Nicht mal einen Monat später kamen noch andere Kinder mit ins Haus. Es war wie für uns gemacht. Ich möchte mich nochmals bei allen für diese Unterstützung bedanken. Kinderrechte im digitalen Raum Artikel 17 UN-Kinderrechtskonvention Kinderrechte in der digitalen Welt Kinder und Jugendliche nutzen das Internet und digitale Medien täglich. Sie sind zentraler Bestandteil des Alltags. Wir können heute das Internet mit Computer, Tablet oder Smartphone fast überall und zu jeder Zeit nutzen. In der UN-Kinderrechtskonvention steht, die Staaten, die den Vertrag unterschrieben haben, müssen Kindern den Zugang zu Medien ermöglichen. Das bedeutet, Kinderrechte müssen auch in der digitalen Welt gelten. Zum Beispiel das Recht auf Bildung oder das Recht, sich informieren zu können. Für viele Kinder und Jugendliche ist auch das Recht auf digitales Spielen besonders wichtig. Es ist total wichtig, dass die Personen, die unsere Bezugspersonen sind, uns gut behandeln. Charlotte, 14 Jahre Kinder und Jugendliche können in der digitalen Welt auch gefährdet sein. Sie sind zum Beispiel von Cybermobbing betroffen. Wenn Fremde mit Kindern im Internet in Kontakt treten können, entstehen Gefahren wie zum Beispiel Cybergrooming. Auch sexuelle Online-Inhalte stehen heute unbegrenzt zur Verfügung. Das heißt, in der digitalen Welt von heute gibt es neue Formen von Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt. Diese finden vor allem in sozialen Netzwerken wie TikTok und Instagram statt und werden schnell verbreitet. Deshalb müssen Kinder und Jugendliche über diese Gefahren Bescheid wissen und vor solchen Inhalten geschützt werden. Was ist Cybermobbing? Cybermobbing ist die Beleidigung, Bedrohung oder Belästigung von anderen Personen im Internet, zum Beispiel über Smartphones, Messenger-Dienste, Websites, Foren, Chats oder Communities. Das kann unter anderem durch Bilder und Videos passieren oder durch Chats, in denen gelästert wird. Häufig werden so auch Unwahrheiten und Lügen verbreitet. Immer mehr Kinder und Jugendliche sind von Cybermobbing betroffen. Daher sollten das Problem und seine Auswirkungen auch immer in der Schule oder im Verein besprochen werden. Was ist Cybergrooming? Das Wort kommt aus der englischen Sprache. Es bedeutet, sich im Internet an Kinder heranmachen. Die Täter sind meistens Männer. Es gibt aber auch Täterinnen. Sie versuchen das Vertrauen ihrer meistens minderjährigen Opfer zu gewinnen. Sie geben sich zum Beispiel bei ein gefälschtes Profil als jemand anderes aus und unterhalten sich über beliebte Themen wie Musik, Freizeit oder Klamotten mit den Kindern und versuchen eine Freundschaft zu schließen. Wenn sie das geschafft haben, belästigen sie die Kinder sexuell. Sie lassen sich zum Beispiel nackt Fotos schicken oder wollen sich sogar mit den Kindern treffen. Hilfsangebot Wichtig ist es, dass du, wenn du von Cybermobbing betroffen bist, mit anderen darüber sprichst und dir Unterstützung holst. Helfen können dir auch folgende Online-Angebote. Beratungsangebot Wenn du mitbekommst, dass andere gemobbt werden, ist es auch wichtig, dass du sie unterstützt und ihnen Hilfe anbietest. Privatsphäre Artikel 16 UN-Kinderrechtskonvention Die UN-Kinderrechtskonvention schützt junge Menschen vor willkürlichen Eingriffen in ihr Privatleben, ihre Familie, ihren Schriftverkehr, ihre Ehre, ihren Ruf. Der Zweck der Regelungen ist, dass Kinder und Jugendliche selbstbestimmt leben können. Das hilft ihnen nämlich, herauszufinden, wer sie sind, was für sie wichtig ist und wie sie leben wollen. Dazu gehört zum Beispiel, dass junge Menschen ihre Gedanken aufschreiben und selbst entscheiden können, wer davon erfährt. Franziska Breitfeld ist Juristin und Geschäftsführerin beim Netzwerk Kinderrechte. Wir haben mit ihr über das Recht auf Privatsphäre gesprochen. Heißt das, dass niemand mein Tagebuch oder meine Briefe lesen darf, wenn ich das nicht möchte? Richtig. Das steht zusätzlich auch noch im Grundgesetz und in anderen Regelungen. Was ist denn das Grundgesetz? Das ist unsere Verfassung. Das ist also das höchste Gesetz in Deutschland. Aha. Was steht da drin? Zum Beispiel, dass es ein Briefgeheimnis gibt und auch das Recht auf freie Entwicklung der Persönlichkeit. Und das gilt auch für Kinder. Und diese Gesetze verbieten dann meinen Eltern, meine Sachen zu lesen? Ja. Es gibt allerdings auch Ausnahmen. Wenn du zum Beispiel in Gefahr bist oder es einen guten Grund gibt, dass sich deine Eltern wirklich große Sorgen um dich machen. Um sicher zu gehen, dass es dir gut geht, können sie dann auch an deine Sachen gehen und dein Tagebuch lesen. Aha. Also wenn sie sich Sorgen machen, dass ich nicht gut in der Schule bin? Nein. Das reicht nicht aus. Es muss eine besondere Gefahr oder Situation sein. Zum Beispiel, wenn du nicht nach Hause gekommen bist und deine Eltern erfahren, dass du gemobbt wirst. Wenn dir also etwas Schlimmes passiert sein könnte. In deinem Tagebuch könnte dann ein Hinweis sein. Ja, okay. Das verstehe ich. Wie steht es um die Privatsphäre im Internet? Als die UN-Kinderrechtskonvention geschrieben wurde, gab es das Internet so noch nicht. Darum steht dort auch nichts vom Schutz von E-Mails oder Social-Media-Accounts. Sinn der Kinderrechte ist aber, dass Kinder selbst entscheiden können, mit wem sie zum Beispiel ihre Gedanken teilen. Deshalb gilt das Recht auf Privatsphäre auch im Internet. Zumindest für Beiträge, die ihr zum Beispiel nur mit euren digitalen Freunden teilt und die nicht für alle sichtbar sind. Ich finde, das sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass die Erwachsenen die Privatsphäre respektieren und schützen. Zeynep, 11 Jahre. Jemand hat mal ein Video von mir gemacht, ohne zu fragen, ob das überhaupt okay für mich ist. Ohne, dass ich das wollte. Das war wirklich kein schönes Erlebnis. Terbata, 10 Jahre. Familie und andere Fürsorge. Artikel 5, 9 bis 10, 20 bis 21 UN-Kinderrechtskonvention. Familie und Eltern. Das müssen nicht die leiblichen Eltern sein. Familien sind vielfältig. Die Menschen, bei denen Kinder und Jugendliche aufwachsen, müssen dafür sorgen, dass es ihnen gut geht und sie sich gut entwickeln können. Aufgabe des Staates ist es, sie dabei zu unterstützen. Was passiert, wenn sich Eltern nicht richtig um ihre Kinder kümmern können? Alle Kinder sollen an einem Ort leben, wo sie sich wohlfühlen. Nicht alle Kinder und Jugendlichen können bei ihren Eltern wohnen. Manche Eltern schaffen es nicht, ihre Kinder gut zu versorgen und zu erziehen. Sie sind mit dieser Aufgabe überfordert. Die Familie kann dann gemeinsam mit dem Jugendamt entscheiden, ob die Kinder zum Beispiel in Heimen und Pflegefamilien leben sollen. In Fällen, in denen es den Kindern gar nicht gut geht, entscheidet ein Gericht darüber. In beiden Fällen müssen die Kinder gefragt werden, wie es ihnen damit geht und was sie wollen, bevor eine Entscheidung getroffen wird. Dafür müssen die Erwachsenen den Kindern vorher alles erklären, was sie brauchen, um sich eine Meinung zu bilden. Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien Manchmal können Kinder nicht bei ihren Eltern wohnen. Pflegefamilien nehmen Kinder auf, die nicht bei ihren Eltern wohnen können. Die Pflegefamilie kümmert sich um das Kind, bis es wieder zu den Eltern zurück kann. Die Kinder sollen nicht für immer in der Pflegefamilie bleiben. Trotzdem kommt es oft vor, dass Kinder mehrere Jahre dort leben. Die Kinder haben in dieser Zeit ein Recht darauf, im Kontakt mit ihrer Herkunftsfamilie zu bleiben. Hilfsangebot In Deutschland haben Jugendämter die Aufgabe, Kinder, Eltern und Familien zu beraten. Auf der Website der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter findest du Informationen zur Arbeit der Jugendämter. Dort kannst du auch ein Jugendamt in deiner Nähe finden. www.unterstützung-die-ankommt.de Es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch eine Person hat, mit der er reden kann. Und auch jemanden hat, den er Familie nennen kann. Tabata, 10 Jahre Kinder und Jugendliche mit Behinderungen Artikel 23 UN-Kinderrechtskonvention Die Rechte von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sind in Artikel 23 der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten. Außerdem gibt es die UN-Behindertenrechtskonvention. Darin haben die Vereinten Nationen die Rechte für Menschen mit Behinderungen aufgeschrieben. Es müssen alle Maßnahmen getroffen werden, um Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung eine aktive Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. Was brauchen Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung, um am sozialen Leben teilzuhaben? Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sollen auch in Deutschland ein erfülltes Leben führen können. Sie sollen, so gut es geht und soweit sie es möchten, an allen Aktivitäten mitmachen können, genau wie Kinder und Jugendliche ohne Behinderungen. Damit das gelingt, muss die gesamte Gesellschaft daran arbeiten, dass Kinder und Jugendliche nicht ausgegrenzt werden. Dass Menschen mit Behinderungen sehr oft ausgegrenzt werden, habe ich selbst schon oft erlebt. Zum Beispiel in der Stadt, wenn sie nachfragen, wo etwas ist, und die meisten Leute laufen daran vorbei und ignorieren sie. Kimberly, 13 Jahre Warum wird Kindern mit Gehbehinderung in öffentlichen Verkehrsmitteln so wenig Unterstützung angeboten? Carla, 25 Jahre Zum Beispiel sollten Schulen auf Kinder und Jugendliche mit Behinderungen und ihre Bedarfe eingestellt sein, damit sie mit allen anderen Kindern gemeinsam unterrichtet werden können. Freizeitangebote sollten so gestaltet sein, dass auch Kinder und Jugendliche mit Behinderungen sie besuchen können. Familien mit Kindern mit Behinderungen sollten ganz besonders unterstützt werden. Denn Kinder mit Behinderungen brauchen manchmal ganz besondere Unterstützung oder Betreuung. Für manche Familien kann dies eine Herausforderung darstellen, wenn es nicht genügend Angebote gibt oder die Angebote sehr teuer sind. Letztendlich hängt es von uns allen ab, ob es gelingt, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderungen überall mitmachen können. Inklusionsspielplatz Die meisten Spielplätze sind für Kinder mit Behinderungen nicht gut zugänglich. Für manche von ihnen gibt es also Barrieren. Sie können einige Geräte nicht nutzen oder können den Spielplatz erst gar nicht erreichen. Wenn ein Spielplatz ohne diese Barrieren gebaut ist, nennt man das Inklusionsspielplatz. Aber was braucht ein Spielplatz, um inklusiv zu sein? Das können zum Beispiel zusätzliche Griffe an den Geräten sein oder auch etwas mehr Platz, zum Beispiel auf extrabreiten Rutschen. Außerdem ist wichtig, dass alle Geräte gut zu erreichen und mit Rollstuhlrampen ausgestattet sind. Auch der Spielplatz selbst muss gut zu erreichen sein. Ein Parkplatz in der Nähe kann dabei helfen. Gesundheit Das Recht auf Gesundheit bedeutet, dass ein Kind unter bestmöglichen gesundheitlichen Umständen leben sollte. Dazu gehören zum Beispiel gesundes Essen, sauberes Trinkwasser und medizinische Versorgung. In Deutschland haben wir ein gutes Gesundheitssystem. Allerdings kommen in Deutschland viel mehr Erwachsene ins Krankenhaus als Kinder. Deshalb wird an die besonderen Bedürfnisse von kranken Kindern und ihren Familien manchmal nicht genug gedacht. Der UN-Kinderrechtsausschuss für die Rechte des Kindes macht sich Sorgen darum, dass zu viele junge Menschen in Deutschland mit Alkohol, Zigaretten und Drogen in Berührung kommen. Auch, dass immer mehr Kinder krank werden, weil sie übergewichtig sind, besorgt den Kinderrechtsausschuss. Seelische Gesundheit Zum Recht auf Gesundheit gehört neben der körperlichen auch die seelische Gesundheit. Dabei geht es um mehr als darum, keine psychische Erkrankung zu haben. Seelisch gesund sein heißt, sich wohlzufühlen und innerlich so stark zu sein, um das Leben auch bei Schwierigkeiten gut bewältigen zu können. Denn nur wer sich gut fühlt, ist auch gesund und kann sich gut entwickeln. Ob Körper oder Seele, in jedem Fall gilt, Kinder sollen in einer gesunden und sicheren Umgebung aufwachsen, damit sie gar nicht erst krank werden. Sind junge Menschen krank, sind die Eltern verantwortlich, dass sie schnell Hilfe bekommen. Der Staat muss dafür sorgen, dass es die richtige Versorgung und gute Angebote für Kinder gibt. Hilfsangebot Die Nummer gegen Kummer hilft Kindern, Jugendlichen und Eltern bei kleinen und großen Sorgen. Wenn es dir nicht gut geht, kannst du hier Hilfe bekommen. www.nummergegenkummer.de Dass es vielen Kindern manchmal nicht gut geht, merken wir oft gar nicht. Sie lassen sich äußerlich nichts anmerken. Um den Kindern zu helfen, sich zu öffnen und Vertrauen zu fassen, können regelmäßige Gespräche und Treffen mit anderen Menschen helfen. Ann-Sophie, zwölf Jahre Kinder und Corona Gesundheitliche Auswirkungen Der Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland im Frühjahr 2020 hat unser aller Leben verändert. Sehr viele Menschen in unserem Land haben sich seither trotz massiver Maßnahmen mit Corona infiziert. Darunter auch Kinder. Die Pandemie hat nicht nur zu körperlichen, sondern auch zu seelischen Belastungen geführt. Aus Studien wissen wir, dass viele Kinder und Jugendliche sich während der Pandemie einsam und bedrückt fühlen. Sie sind öfter traurig und haben Angst, manchmal so sehr, dass es ihnen weh tut. Viele Kinder brauchen Hilfe oder wünschen sich Unterstützung. Sie müssen aber oft lange darauf warten. Andere Auswirkungen Die Corona-Pandemie betrifft nicht nur die Gesundheit von Kindern. Auch viele andere Lebensbereiche haben sich in dieser Zeit verändert. So wurden zum Beispiel die Rechte der Kinder auf Bildung und Freizeit durch die zeitweise geschlossenen Schulen, Kitas und Freizeiteinrichtungen eingeschränkt. Auch haben noch mehr Kinder Gewalt erlebt, weil Hilfen nicht mehr so gut bei ihnen und ihren Familien ankamen. Als die PolitikerInnen versuchten, das Coronavirus einzudämmen, stand nicht immer die Kinder, ihre Rechte und ihr Wohl im Mittelpunkt. Oft haben sie nur mit Erwachsenen gesprochen und nicht Kinder gefragt, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Das war besonders spürbar für die Kinder, die es ohnehin oft schwerer haben. Manche Familien haben kein Geld für einen Computer oder leben mit vielen Menschen in einer kleinen Wohnung. Auch wenn die Eltern selbst krank sind und Hilfe brauchen oder wenn die Kinder eine Behinderung haben, fehlt es oft an Unterstützung. Wenn man jetzt in Quarantäne ist, dann kriegt man schnell den Hüttenkoller. Und dann werden Eltern und Kinder, wenn sie jetzt nicht mehr rausgehen und mal spazieren gehen können, auch schnell mal aggressiv. Und dann kommt es ganz schnell, dass sie dann zu härteren Methoden greifen. Samuel, 12 Jahre Durch die Pandemie, Quarantäne und Absonderung von anderen Kindern hat man gemerkt, dass man ohne die anderen sehr alleine ist. Man kann kaum noch etwas gemeinsam machen oder erleben. Durch die Einsamkeit und fehlenden Kontakte ist bei vielen die seelische Belastung gestiegen. Ann-Sophie, 12 Jahre Bundesschülerkonferenz In der Bundesschülerkonferenz kommen alle SchülervertreterInnen der Bundesländer in Deutschland zusammen. Sie beschäftigen sich mit verschiedenen Themen der Bildungspolitik und fördern den gegenseitigen Austausch und die Mitbestimmung von SchülerInnen. Sie haben sich auch mit den Corona-Maßnahmen an Schulen auseinandergesetzt und hierzu im April 2021 ein Positionspapier veröffentlicht. Die Bundesschülerkonferenz fordert hier vorausschauendes Handeln der Verantwortlichen, damit gewährleistet werden kann, dass SchülerInnen weiterhin nicht als Corona-Jahrgänge abgestempelt werden. Die völlige Schulschließung darf nach über einem Jahr immer noch nicht die einzige Lösung darstellen. Der Einsatz von Maßnahmen wie Wechselunterricht, Nutzung von leerstehenden Räumlichkeiten, Ausbau von Luftfilteranlagen und Testmöglichkeiten vor Ort erlaubt es aus der Sicht der Bundesschülerkonferenz, einen Unterricht zu gestalten, welcher die Gesundheit der am Schulleben beteiligten Personen nicht gefährdet und immer noch einen guten Unterricht ermöglicht. Umwelt Noch kein ausdrückliches Recht in der UN-Kinderrechtskonvention In der UN-Kinderrechtskonvention gibt es kein eigenes Recht auf eine gesunde Umwelt. Allerdings haben Kinder und Jugendliche laut UN-Kinderrechtskonvention das Recht darauf, bestmöglich aufzuwachsen. Dazu gehört auch eine gesunde Umwelt. Der Klimawandel ist eine große Herausforderung für alle Menschen. Die Luftverschmutzung und der viele Müll in den Meeren sind weitere große Probleme. Deshalb fühlen sich viele Kinder und Jugendliche in ihrem jetzigen Leben und ihrer Zukunft bedroht. Dadurch findet die Fridays-for-Future-Bewegung mit ihren Forderungen auch bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland viel Zustimmung. Kein Planet B Jule Peen, 17, ist Pressesprecherin bei Fridays-for-Future. Wir haben mit ihr über ihr Engagement gesprochen. Hey Jule, wie geht's dir? Hi, mir geht's super. Aber es ist auch ganz schön viel los in der Welt und in meinem Leben. Ich hab gehört, du bist Pressesprecherin bei Fridays-for-Future. Wie bist du denn dazu gekommen? Ja genau, das ist richtig. Ich bin jetzt seit ungefähr zwei Jahren bei Fridays-for-Future und organisiere verschiedene Projekte und Demonstrationen mit. Erst habe ich viel in meiner Heimatstadt Freiburg gemacht, dann bei uns in Baden-Württemberg und dann in ganz Deutschland bei Projekten mitgewirkt. Irgendwann wurde ich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, ein paar Presseanfragen zu übernehmen. Und dann habe ich angefangen, immer mehr zu machen. Irgendwie rutscht man da dann so rein. Das ist super, gerade weil ich oft das Gefühl hab, junge Menschen werden viel zu oft nicht richtig ernst genommen. Wie geht's dir damit, als Pressesprecherin einer so jungen Bewegung? Hast du das auch schon mal erlebt? Ich finde, man merkt das fast täglich. Und das ist wirklich ziemlich frustrierend. Vor allem geht es ja um politische Entscheidungen, die getroffen werden. Und wir sehen immer wieder, dass unsere Stimmen nicht ernst genommen werden. Außer wir sind so laut alle zusammen auf der Straße, dass sie unüberhörbar sind. Ich habe das aber auch schon auf Events oder in Gesprächen erlebt. Wenn wir zwar gerne angehört und eingeladen werden, aber der Kern unserer Forderung nicht ernst genommen wird, sondern nur nett belächelt wird. Für viele ist es ziemlich hart zu hören, was alles bis jetzt falsch lief und wie viel Energie wir jetzt da reinstecken müssen, die Klimakrise zu bekämpfen. Am krassesten ist es für mich aber eigentlich, wenn FreundInnen aus dem globalen Süden einfach ignoriert werden, die wirklich täglich die Folgen der Klimakrise spüren oder deren Zuhause zerstört wird. Voll gut, dass du trotz des Widerstands weiterkämpfst. Was motiviert dich am meisten, dich bei Fridays for Future einzusetzen? Also vor allem beschäftigt mich zu sehen, was die Klimakrise für riesige Auswirkungen schon hat und die Ungerechtigkeiten, die Menschen und Kinder in unserem Alter erfahren müssen. Mich hat schon am Anfang ein megastarker Frust auf die Straße gebracht, dass nichts dagegen passiert. Es wird einfach so hingenommen, dass die Klimakrise weiter eskaliert und Millionen Menschen heute und in Zukunft überall einschränken und ihr Leben betreffen wird. Ich habe schon manchmal auch ein bisschen Angst davor, wann und wo die nächste Dürre oder Überflutung passiert, obwohl ich das ja meistens nicht wie viele andere Menschen an mir selber erfahre. Aber was mir ganz viel Motivation und Kraft gibt, nicht einfach tatenlos zuzuschauen, ist, dass ich weiß, wie viel möglich ist und dass wir es gemeinsam schaffen können, eine bessere Welt zu gestalten. Das beweist die riesige Power und Ausdauer, immer wieder zusammen auf die Straße zu gehen, solange nicht genug passiert. Kein Kinderrecht auf eine gesunde Umwelt? Wie kann das sein? Das Recht auf eine saubere und gesunde Umwelt ist bisher nicht als eigenes Recht in der UN-Kinderrechtskonvention festgehalten. Der UN-Kinderrechtsausschuss findet aber, dass das Thema total wichtig ist. Deshalb veröffentlicht der Ausschuss 2023 eine allgemeine Bemerkung zum Thema Kinderrechte, Umwelt und Klima. Damit möchte der Ausschuss die Regierungen in die Verantwortung nehmen. Sie sollen sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche in einer sauberen, grünen, gesunden und nachhertigen Welt leben. Armut und soziale Sicherheit Artikel 26 UN-Kinderrechtskonvention Gibt es in Deutschland Armut? Deutschland ist ein reiches Land. Trotzdem gibt es Kinder und Jugendliche, die arm sind oder bald arm sein könnten. Etwa drei Millionen Kinder und Jugendliche gelten zurzeit als armutsgefährdet. Das ist jedes fünfte Kind. Wie ist es für Kinder in Armut zu leben? Kinder aus armen Familien können nicht mitmachen, wenn ihre Freunde etwas unternehmen, weil sie es sich nicht leisten können. Sie verpassen dann aber nicht nur den Ausflug, sondern können auch danach nicht über die Erlebnisse mitreden und können so weniger zur Gruppe gehören. Armut kann also auch zur Einsamkeit führen. Manchmal gibt es zu Hause dann auch noch wenig Platz, weil sich zum Beispiel mehrere Kinder ein Zimmer teilen. Dann fallen das Lernen und das konzentrierte Arbeiten schwer. Manchmal können die Eltern auch nicht bei den Schulaufgaben unterstützen, weil sie arbeiten müssen. Und für Nachhilfestunden ist kein Geld da. Auch das macht es schwerer, in der Schule mitzuhalten. Sind die Noten nicht gut, wackelt der Schulabschluss. Und von dem hängt oft ab, welche Ausbildung und welchen Beruf Kinder wählen können. Ohne sichere und gesunde Arbeit kommen die jungen Menschen aus der Armut nicht heraus. Ihr ganzes Leben ist also von Armut geprägt. Ihren Kindern könnte es dann wieder genauso gehen und die Armut wird sozusagen vererbt. Die UN-Kinderrechtskonvention verpflichtet die Staaten dagegen etwas zu unternehmen. Prof. Dr. Michael Klund lehrt im Bachelorstudiengang Angewandte Kindheitswissenschaften und leitet den Masterstudiengang Kindheitswissenschaften und Kinderrechte an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Er forscht unter anderem zu den Themen Kinderarmut und Reichtum sowie Kinder-, Jugend-, Familien- und Sozialpolitik. Wir haben mit ihm gesprochen. Hallo Michael. Du beschäftigst dich mit Kinderarmut, oder? Was genau machst du da? Früher habe ich auch Kinder interviewt und mit Fragebögen erfahren, wie sie leben. Im Moment studiere und interpretiere ich vor allem wissenschaftliche Studien zum Leben von Kindern in Armut. Daraufhin untersuche ich deren Behandlung in Politik, Medien und Wissenschaften. Dann kennst du dich ja richtig gut mit Kinderarmut aus. Wann ist man denn eigentlich arm? Als Armutsschwelle gelten in der EU 60% vom mittleren Nettohaushaltseinkommen. Das sind aktuell zum Beispiel 2.256 Euro für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern. Kinderarmut in Deutschland ist zunächst einmal Armut in einem der reichsten Länder dieser Erde. Dabei geht es also weniger um absolutes Elend und Verhungern, sondern mehr um Entbehrungen, Ausgrenzungen und Benachteiligungen im Verhältnis zum allgemeinen gesellschaftlichen Lebensstandard. Wenn fast alle zum Beispiel über einen Kühlschrank, einen Schulranzen, diverses Spielzeug, Malstifte oder einen Fernseher verfügen, ist es ungerecht, wenn manche davon ausgeschlossen werden. Gibt es demnach denn viele arme Kinder in Deutschland? Je nach Berechnung etwa zwei bis vier Millionen Kinder, also etwa jedes fünfte Kind. Der Deutsche Kinderschutzbund, DKSB, kam schon 2018 unter Berücksichtigung von Dunkelziffern zu noch wesentlich höheren Zahlen von Armut betroffener Kinder in Deutschland. Somit geht der DKSB von ungefähr 4,4 Millionen Armkindern von insgesamt etwa 13,4 Millionen Minderjährigen in Deutschland aus. Das heißt, etwa ein Drittel aller Kinder in Deutschland wäre von Armut betroffen. Wow, das sind ja ganz schön viele. Wie ist das für die Kinder und ihre Familie, wenn sie arm sind? Lebensqualität, Bildung, Gesundheit und Zukunftschancen von Kindern sind durch das Aufwachsen in Armut massiv beeinflusst. Oft wohnen sie unter beengten Verhältnissen und somit meist ohne einen ruhigen Platz für die Erledigung von Hausaufgaben. Während der permanente Mangel das Familienklima verschlechtert, sind auch die sozialen Vernetzungen kleiner, da die Kinder weniger Freizeitangebote wahrnehmen, zum Beispiel Musikschulen oder Fußballvereine. Wegen fehlender sozialer Wertschätzung entwickeln viele arme Kinder ein geringes Selbstwertgefühl. Sie starten mit ungünstigeren Voraussetzungen in die Schule, wo sie selbst bei gleichen Leistungen oft schlechter bewertet werden als Kinder aus wohlhabenden Schichten. Puh, und was können wir dagegen machen? Wichtig ist auch hier, auf die sinnvollen Forderungen von Kindern und Jugendverbänden von Sozialvereinen und Kinderrechtsorganisationen zu hören. Um die zumeist erwerbstätigen Eltern zu stärken, brauchen wir einen armutsfesten Mindestlohn. Zur Unterstützung der gesamten Familie ist eine vor allem vorsorgende Aufgaben- und nicht ausgabenorientierte Kinder- und Jugendhilfe notwendig. Außerdem brauchen wir für alle Kinder eine vollständige Gebühren- sowie Lernmittelfreiheit für Bildung, von Büchern bis Hardware und ein kostenloses gesundes Mittagessen. Darauf aufbauend können wir mit bedarfsgerechten Leistungen und sozialgerechter Familienförderung viele Kinder und ihre Familien aus Armut befreien. Im Moment bekommen diejenigen die meisten Familienvergünstigungen und die besten Bildungsbedingungen, die am reichsten sind. Schließlich müssen wir den Zugang zu Beratungen und Sozialleistungen einfacher gestalten, um Bürokratie, Stigmatisierung, Demütigung und Unkenntnis zu vermeiden. Da der private Reichtum so stark gestiegen ist wie nie zuvor, sind bei gerechter Verteilung auch die Mittel vorhanden, um Armut wirksam zu bekämpfen und die Kinderrechte wiederherzustellen. Wusstest du, dass es auch emotionale Armut gibt? Das bedeutet, dass Eltern Kinder nicht oft genug in den Arm nehmen, sie trösten oder nicht genug Zeit mit ihnen verbringen. Das heißt also, auch ein Kind mit viel Geld kann arm sein und eine Familie mit wenig Geld dafür emotional reich. Wenn man halt die ganze Zeit darüber nachdenken muss, ob man jetzt überhaupt noch überlebt, das kann einen ziemlich doll belasten und das kann dann ziemlich schwer für die Gesundheit sein. Selina, 16 Jahre. Bildung Artikel 28 bis 29 UN-Kinderrechtskonvention Alle Kinder und Jugendlichen sollen in Deutschland den gleichen Zugang zu Bildung haben. Sie sollen Angebote für Bildung bekommen und nutzen können. Kinder sollen in der Kita und in der Schule mitbestimmen dürfen, was und wie sie lernen wollen. Sie haben auch ein Recht darauf, von ihren ErzieherInnen und LehrerInnen respektvoll und mit Anerkennung behandelt zu werden. Kinder haben das Recht auf gleiche Bildungschancen. Das fängt schon in der Kita an. Dazu müssen sie die Möglichkeit haben, eine Kita zu besuchen. Und sie sollten überall gut betreut und gefördert werden. Unfair ist, wenn Eltern unterschiedlich viel Geld für die Kita ihrer Kinder bezahlen müssen. Das hängt davon ab, wo die Kita liegt. Außerdem müssen Familien mit wenig Einkommen oft einen besonders großen Teil ihres Einkommens für die Kita ausgeben. Wie Kinder spielen und lernen unterscheidet sich auch. Zum Beispiel gibt es in manchen Kitas weniger ErzieherInnen als in anderen Kitas. Damit alle Kinder gleiche Chancen von Anfang haben, werden viele Kitas neu gebaut und weiter verbessert. Es macht mich richtig wütend, dass es keine individuelle Förderung gibt. Es wird nicht gesehen, was hinter den Kindern steht, ob zum Beispiel zu Hause viel los ist oder Probleme da sind. Es wird sich immer nur auf die Schwächen konzentriert. Dass man da als einzelne kleine Person nicht viel ändern kann, finde ich total traurig. Es wäre besser, bei der Bewertung zu hören, du hast 60% geschafft, statt du hast 40% falsch gemacht. Das würde so viel ausmachen. Charlotte, 14 Jahre Bildung ist der Grundstein für eine bessere Zukunft. Auch in Deutschland hängt die Bildung zu oft von der familiären Situation ab. Gloria, 17 Jahre Haben alle Kinder die gleichen Chancen in der Schule? Leider sind nicht alle Kinder gleichberechtigt, wenn es um die Schule geht. Manche Kinder werden benachteiligt. Zum Beispiel Kinder mit Behinderungen oder Kinder mit Migrationshintergrund. Auch Kinder, die in armen Familien leben, haben oft schlechtere Chancen. Sie besuchen dann manchmal die Hauptschule, obwohl ein Gymnasium besser zu ihnen passt. Diese Benachteiligung wirkt sich auf das gesamte spätere Leben aus. In vielen Schulen fehlen LehrerInnen. Deshalb fällt Unterricht aus. Viele Schulen haben auch zu wenig Räume und zu wenig Geld. Deshalb können sie sich nichts Neues kaufen, zum Beispiel eine gute technische Ausstattung für die SchülerInnen. Was ist BNE? BNE ist die Abkürzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Nachhaltigkeit bedeutet heute so zu leben und zu handeln, dass auch zukünftige Generationen ein gutes Leben in einer gesunden Umwelt haben können. Für eine nachhaltige Lebensweise ist Bildung sehr wichtig. Nur wer weiß, was zu einem nachhaltigen Leben dazugehört, kann dies auch umsetzen. Und nur, wenn möglichst viele Menschen auf der Welt mitmachen, können wir eine gesunde Umwelt für zukünftige Generationen erhalten. Genau dafür gibt es die BNE. BNE befähigt Menschen zu einem zukunftsfähigen Denken und Handeln. Dabei stehen verschiedene Fragen im Vordergrund. Zum Beispiel, wie beeinflussen meine Entscheidung zukünftige Generationen in meiner Kommune oder in anderen Erdteilen? Welche Auswirkungen hat das beispielsweise, wie ich konsumiere, welche Fortbewegungsmittel ich nutze oder welche und wie viel Energie ich verbrauche? Welche globalen Mechanismen führen zu Konflikten, Terror und Flucht? Oder was können wir gegen Armut tun? Die Vereinten Nationen haben sich darauf geeinigt, dass die BNE bis 2030 vollständig umgesetzt wird. Besonders das Kinderrecht auf Bildung ist mir persönlich sehr wichtig. Bildung ist eine Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben für junge Menschen. Bildung bietet Möglichkeiten und Perspektiven und ist stets der Schlüssel zu allen Türen. Denn nur mit einer guten Schulbildung können wir die nächsten Generationen auf die auf sie zukommende komplexe Welt vorbereiten. Marisol, 17 Jahre Früher dachten die Menschen, Spielen hat nur mit Spaß zu tun. Inzwischen wissen wir, dass wir beim Spielen viel lernen können, und zwar für den Kopf und den Körper. Außerdem lernen Kinder durch Spielen mit anderen umzugehen und auch sich selbst kennen. Zum Beispiel, was sie gut können oder mögen und was nicht. Deshalb steht das Recht auf Spiel auch in der UN-Kinderrechtskonvention. Genauso wie ein Recht auf Ruhe. Gemeint sind damit ausreichend Schlaf und Pausen, die wir brauchen, um Stress und Druck loszulassen und nicht krank zu werden. Kinder und Jugendliche bilden und begegnen sich nicht nur in der Schule. In der Kinder- und Jugendarbeit gibt es verschiedene Angebote für die Freizeit. Zum Beispiel in Jugendhäusern, in einem Mädchentreff, im Sportverein oder mit dem Spielmobil. Alle Kinder und Jugendlichen sollen bei solchen Angeboten mitmachen können. Sie sollen deshalb barrierefrei sein. Es muss genug Freiräume für Kinder und Jugendliche geben. Freiräume sind Orte und Zeiten ohne konkrete Vorgaben, die Kinder und Jugendliche selbst gestalten können. Die Hausaufgaben finde ich nicht gut. Ich finde, es sollte weniger geben und mehr Zeit zum Spielen. Toni, 10 Jahre Damit ich in Berlin besser spielen kann, brauche ich Basketballplätze, nicht kombiniert mit Fußball. Abdullah, 9 Jahre Luca Finn und Mats Luca Finn, 14 und Mats, 13, leben in einer kleinen Gemeinde auf dem Land. Trotz langjähriger Ankündigungen und Versprechungen der Gemeinde gibt es nach wie vor keinen richtigen Bolzplatz. In einem Filmprojekt sind die beiden den Missstand auf den Grund gegangen und haben nach einer Lösung gesucht. Sie sprachen mit verschiedenen verantwortlichen Personen aus der Region, auch mit dem Bürgermeister. Mit dem Film verschafften sie sich Gehör. Der Gemeinderat hat inzwischen beschlossen, dass eine Arbeitsgruppe mit Erwachsenen und Kindern die Neugestaltung des Bolzplatzes in die Hand nehmen soll. Luca Finn und Mats finden, dass das erste Anfang sein soll. Kinder und Jugendliche in ihrem Dorf sollten viel häufiger gefragt werden, wenn es etwas zu entscheiden gibt. Warum sind Menschen auf der Flucht? Kriege und Konflikte in der Welt, aber auch Umweltkatastrophen oder extreme Armut zwingen viele Menschen weltweit zur Flucht. Manche Kinder und Jugendliche flüchten, weil sie in ihrer Heimat Gewalt erleben. Oder sie flüchten, weil sie Angst haben, Kindersoldaten werden zu müssen. Auf der Flucht kommt es leider immer wieder vor, dass Familien getrennt werden und Kinder und Jugendliche auf sich allein gestellt sind. Besonderer Schutz für geflüchtete Kinder und Jugendliche In den letzten Jahren sind viele Familien und auch unbegleitete Kinder und Jugendliche nach Deutschland geflohen. Laut UN-Kinderrechtskonvention müssen Kinder und Jugendliche auf der Flucht besonders geschützt werden. Leider gibt es viele Berichte über Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung. Probleme bei dem Zugang zur Bildung oder zur Kita, Schwierigkeiten bei Behördengängen und über eine nicht kindgerechte Unterbringung in Unterkünften. Was ist Familienzusammenführung? Kinder haben ein Recht auf ein Leben in ihrer Familie. Manchmal müssen sich Familien trennen, wenn sie zum Beispiel auf der Flucht sind. Oft flüchten die Eltern und die Kinder bleiben im Herkunftsland. Wenn die Eltern dann in einem sicheren Land wie Deutschland angekommen sind, holen sie ihre Kinder nach. Oder ein Kind flüchtet allein und die Eltern bleiben mit jüngeren Geschwistern im Herkunftsland. Dann holt das ältere Kind die Eltern nach. Das nennt man Familienzusammenführung. Für die Familienzusammenführung gibt es Regeln. So gibt es zum Beispiel Begrenzungen, wie viele Personen zu ihren Familien nachkommen dürfen. Deshalb müssen Kinder manchmal lange warten, bis sie zu ihren Eltern reisen dürfen. Nikita trotz dem Krieg Es ist der 24. Februar 2022, der Tag, an dem der Ukraine-Krieg begann. Plötzlich knallt es laut vor den Fenstern der Wohnung von Xenia und Nikita. Der 14-Jährige erinnert sich noch genau. Erst habe ich nicht verstanden, was passiert ist, meint er. Nikita und seine Mutter wohnten im Kiefer Stadtteil Nivki. Im gleichen Viertel besuchte Nikita auch die Kinder- und Jugendfußballschule von Dynamo Kiew. Die beiden packen schnell die nötigsten Dinge zusammen. Nikitas Trainingssachen, etwas Geld, Kleidung und die wichtigsten Papiere. Dann suchen sie im Keller einer Schule Schutz, gemeinsam mit Dutzend anderer Menschen. Fünf Tage verbringen sie im Bunker, bis sie schließlich den Entschluss fassen, zu fliehen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass am fünften Tag eine Bombe in unserer Nähe eingeschlagen hat. Da habe ich große Angst bekommen und entschieden, dass wir gehen müssen, erzählt Xenia. Über Polen gelangen sie schließlich nach Deutschland. In Berlin werden Nikita und seine Mutter von SOS Kinderdorf aufgenommen und leben dort in einer Wohnung. Die Familien werden eng von verschiedenen SOS-MitarbeiterInnen im Alltag betreut und zum Beispiel zu Arztbesuchen oder Behördengängen begleitet. Nikita ist ein blonder, schlachsiger und sehr fröhlicher Junge. Er grinst viel. Sein Lächeln ist verschmitzt. Von klein auf war er vernaht ins Fußballspielen. Ich liebe Fußball, sagt er bestimmt. Damit Nikita seiner Leidenschaft auch in Deutschland nachgehen kann, hat das SOS Kinderdorf Berlin einen Verein für ihn ausfindig gemacht. Seit einigen Wochen trainiert der Junge fünfmal die Woche in einer U15-Mannschaft eines renommierten Berliner Vereins. Der Verein im Berliner Westen ist eine gute Adresse für Nachwuchsarbeit in der Hauptstadt. Ab der neuen Saison darf Nikita neben Testspielen auch bei den offiziellen Punktspielen in der höchsten Berliner Jugendliga auflaufen, da er inzwischen eine offizielle Spielberechtigung besitzt. Bekanntheit der Kinderrechte Artikel 42 UN-Kinderrechtskonvention Laut UN-Kinderrechtskonvention muss der Staat dafür sorgen, dass alle Kinder und Erwachsenen die Kinderrechte kennen. Nur wer über seine Rechte Bescheid weiß, kann sie auch einfordern. Dafür muss es genügend Infomaterial speziell für Kinder und Jugendliche über Kinderrechte geben, so wie diese Broschüre zum Beispiel. Die Lehrkräfte und die Schulen sollten sensibilisiert werden. Damit meine ich, dass Lehrer darauf vorbereitet werden sollen, dass es die Kinderrechte gibt und dass sie diese auch vermitteln können. Und man sollte generell den Kinderrechten auch mehr Medienpräsenz widmen. Das heißt, dass mehr Medien darauf aufmerksam machen, dass es Kinderrechte gibt. Bastian, 20 Jahre Infos in einfacher Sprache Auf der Seite des Kinderministeriums findest du ganz viele Infos rund um die Kinderrechte in kindgerechter Sprache. www.kinder-ministerium.de Im zweiten Kinderrechte-Report berichten Kinder und Jugendliche aus ihrer persönlichen Sichtweise über die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Die Broschüre Die Rechte von Kindern in Deutschland, ein Bericht an die Vereinten Nationen, ist eine Zusammenfassung ausgewählter Inhalte des Staatenberichts der Bundesrepublik Deutschland an den UN-Kinderrechtsausschuss in kind- und jugendgerechter Sprache. Schon gewusst? Bis hier hast du gelernt, welche Rechte du eigentlich hast. In diesem Kapitel geht es noch etwas mehr um den Hintergrund der Kinderrechte. Was ist eigentlich genau die UN-Kinderrechtskonvention? Wer kontrolliert eigentlich, ob die Kinderrechte eingehalten werden? Was hat Europa damit zu tun? Was ist die UN-Kinderrechtskonvention? Damit Kinderrechte möglichst auf der ganzen Welt umgesetzt und eingehalten werden, haben die meisten Länder der Erde einen Vertrag, also eine Art Versprechen, unterschrieben. Dieser Vertrag heißt Übereinkommen über die Rechte des Kindes der Vereinten Nationen, kurz UN-Kinderrechtskonvention. Darin sind in 54 Artikeln ganz viele Kinderrechte festgehalten. Die Länder, die den Vertrag unterschrieben haben, sind seither verpflichtet, die Kinderrechte umzusetzen. Seit 1992 gilt die UN-Kinderrechtskonvention auch in Deutschland. Was sind die Vereinten Nationen? Die Vereinten Nationen sind eine Organisation, in der fast alle Staaten der Welt mitmachen. Sie setzt sich unter anderem für Frieden und gegen Armut ein. Hier wurde auch die UN-Kinderrechtskonvention geschrieben. Die Vereinten Nationen heißen auf Englisch United Nations und werden daher in dieser Broschüre mit UN abgekürzt. Was meinst du? Obwohl es zehn Jahre gedauert hat, bis die UN-Kinderrechtskonvention fertig geschrieben war und sehr viele Menschen daran mitgearbeitet haben, kam eine besonders wichtige Gruppe gar nicht zu Wort. Die Kinder und Jugendlichen. Wie findest du das? Wäre es besser gewesen, sie zu beteiligen? Warum? Schreib es hier auf. Die Zusatzprotokolle Die UN-Kinderrechtskonvention hat das Leben für sehr viele Kinder auf der Welt verbessert. Sie ist heute noch genauso wichtig, wie sie es 1989 bei ihrer Unterzeichnung war. Allerdings ist 1989 schon ziemlich lange her. Du warst damals noch gar nicht geboren. Deine Eltern waren zu dieser Zeit vielleicht selbst noch Kinder. Und natürlich hat sich inzwischen viel verändert. Über manche Dinge haben die Menschen, die die UN-Kinderrechtskonvention geschrieben haben, damals noch gar nicht nachgedacht. Andere Themen, wie das Internet oder die Klimakrise, gab es noch gar nicht. Und wieder andere brauchten einfach ein paar neue Regeln. Deshalb gibt es die sogenannten Zusatzprotokolle. Sie werden auch Fakultativprotokolle genannt. Sie gelten zusätzlich zur UN-Kinderrechtskonvention und nur für die Länder, die sie unterzeichnet haben. Bisher gibt es drei Zusatzprotokolle. Erstes Zusatzprotokoll Die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten Die UN wurde gegründet, um für Frieden und Sicherheit auf der Welt zu sorgen. Leider gibt es noch immer Krieg und Gewalt in vielen Ländern und Regionen. Besonders Kinder sind davon betroffen. In bewaffneten Konflikten werden Kinder verletzt oder sterben sogar. Sie müssen Schlimmes erleben und oft fliehen sie aus ihrer Heimat. Manchmal kämpfen Kinder auch in Kriegen. In der UN-Kinderrechtskonvention steht, dass niemand unter 15 Jahren SoldatInnen sein darf. Das heißt, man muss mindestens 15 Jahre alt sein, um als SoldatInnen kämpfen zu dürfen. Da 15 immer noch sehr jung ist, haben manche Länder diese Regel verschärft. Sie sagen, man muss mindestens 18 Jahre alt sein, um zu kämpfen. Um Kinder und Jugendliche noch besser zu schützen, haben viele Länder weitere Regeln zum Schutz von Kindern in bewaffneten Konflikten vereinbart. Sie stehen im ersten Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention. Was sind KindersoldatInnen? KindersoldatInnen sind Kinder unter 15 Jahren, die in Kriegen und bewaffneten Konflikten kämpfen, über Minfelder gehen oder für Armeen oder Rebellengruppen spionieren müssen. Ungefähr 250.000 Kinder und Jugendliche sollen weltweit als KindersoldatInnen in bewaffneten Konflikten kämpfen. Zweites Zusatzprotokoll Kinderhandel, Kinderprostitution, Kinderpornografie Viele Staaten, die die UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben haben, wollten noch mehr tun, um Kinder vor Handel und Ausbeutung zu schützen. Von Handel sprechen wir, wenn eine Person etwas dafür bekommt, dass sie ein Kind an eine andere Person übergibt. Ausbeutung bedeutet, dass Personen von der Gewalt, die Kindern angetan wird, oder von Tätigkeiten, die ein Kind machen muss, profitieren. Was ist Handel mit Kindern? Wenn beispielsweise Eltern in ganz großer Armut leben, nutzen das manchmal kriminelle MenschenhändlerInnen aus. Sie bieten den Eltern Geld für ihre Kinder an und erzählen, dass sie den Kindern eine bessere Zukunft bieten können. In der Verzweiflung lassen sich manche Eltern darauf ein. Meistens werden die Kinder dann in ein anderes Land gebracht, um dort für wenig oder kein Geld zu arbeiten. Manchen Kindern wird sexuelle Gewalt angetan, um damit Geld zu verdienen. Manchmal werden auch Bilder oder Videos davon gemacht, um diese zu verkaufen. Damit den Kindern möglichst schnell geholfen werden kann, arbeiten die Länder zusammen und tauschen wichtige Informationen aus. Achtung Loverboy! Bei der sogenannten Loverboy-Methode geben sich erwachsene Männer im Internet als Jungen aus. Sie sprechen Mädchen an und spielen ihnen vor, in sie verliebt zu sein. Sie sorgen dafür, dass die Mädchen ihre Familie und Freunde wegschieben. Schließlich überreden oder zwingen die Loverboys ihre Freundinnen in die Prostitution. Drittes Zusatzprotokoll Das Individualbeschwerdeverfahren Kinderrechte sind wichtig, aber sie nützen nicht so viel, wenn du dich nicht beschweren kannst, wenn jemand deine Rechte verletzt. Bis 2011 gab es nicht so viele Möglichkeiten, sich zu wehren. Denn die Staaten waren nur verpflichtet, dem UN-Kinderrechtsausschuss zu berichten, wie gut es mit den Kinderrechten in ihrem Land klappt. Siehe Staatenberichtsverfahren. Zwar gibt es langsam immer mehr Länder, in denen Kinder einen eigenen Bericht für den UN-Kinderrechtsausschuss schreiben, siehe Kinderrecht-Report. Aber das ist dann eben nur ein Bericht, keine Beschwerde. Genau deshalb gibt es seit Dezember 2011 das Individualbeschwerdeverfahren. Ein langes, schwieriges Wort. Es bedeutet, dass sich Kinder einzeln oder als Gruppe beim UN-Kinderrechtsausschuss beschweren können, wenn ihre Rechte verletzt werden. Worüber würdest du dich beschweren? Schreib es hier auf. Was macht der UN-Kinderrechtsausschuss? Es ist toll, dass fast alle Staaten der Welt die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet haben. Das ist dabei erstmal nur ein Versprechen auf Papier. Die Staaten müssen dieses Versprechen umsetzen. Die Kinderrechte also für jedes Kind in ihrem Land bekannt und erlebbar machen. Wie gut es klappt, überprüft eine Gruppe von 18 KinderrechtsexpertInnen aus verschiedenen Ländern. Der UN-Kinderrechtsausschuss. Dieser Ausschuss redet mit den Regierungen, mit Kinderrechtsorganisationen und mit jungen Menschen darüber, was schon gut klappt und wo die Länder noch etwas tun müssen. Danach schreibt der Ausschuss Empfehlungen auf. Sie heißen abschließende Bemerkungen. Das kannst du dir wie Hausaufgaben für das Land vorstellen. Mehr dazu findest du im Abschnitt zum Staatenberichtsverfahren. Der UN-Kinderrechtsausschuss hat noch eine weitere Aufgabe. Kinder und Jugendliche können sich an ihn wenden, wenn sie sich beschweren wollen und wenn sie meinen, dass ihre Kinderrechte verletzt werden. Mehr dazu findest du im Abschnitt zum Individualbeschwerdeverfahren. Stell dir vor, du möchtest etwas kochen. Zum Beispiel Tomatensauce. Natürlich weißt du, dass Tomaten hineingehören. Aber was noch? Wie viele davon und wie lange muss das eigentlich kochen? Um das herauszufinden, guckst du ganz klar in einem Rezept nach. Ganz ähnlich funktioniert es auch mit den sogenannten allgemeinen Bemerkungen und den Kinderrechten. Wir wissen jetzt, was Kinderrechte sind und was in der UN-Kinderrechtskonvention steht. Zum Beispiel, dass Kinder das Recht haben, ihre Meinung zu sagen und Erwachsene sie nach dieser Meinung fragen sollen. Aber was heißt das genau? Was muss ein Kind gefragt werden? Nur wenn es um Spielplätze geht oder gehen vielleicht fast alle Dinge auch Kinder an? Und ist das Alter des Kindes wichtig? Wie müssen Erwachsene Kinder dabei unterstützen, sich eine Meinung bilden zu können? Insbesondere dann, wenn ein Kind zum Beispiel eine Behinderung hat oder so jung ist, dass es noch nicht sprechen kann. Was muss getan werden, damit Kinder sich wohlfühlen, wenn sie mit Erwachsenen ihre Ideen teilen? Und was passiert, nachdem ein Kind gesagt hat, was es denkt? Das und vieles mehr steht in den allgemeinen Bemerkungen. Die hat der UN-Kinderrechtsausschuss geschrieben. Hier können zum Beispiel RichterInnen nachsehen, woran sie denken müssen, wenn sie mit einem Kind sprechen. Weil Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention unterzeichnet hat, ist die Bundesregierung auch dazu verpflichtet, die Kinderrechte in Deutschland zu verwirklichen. Dazu gehört dem UN-Kinderrechtsausschuss, für die Rechte des Kindes regelmäßig über Fortschritte und Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu berichten. Dafür schreibt die Bundesregierung einen Bericht, den sogenannten Staatenbericht. Damit der UN-Kinderrechtsausschuss noch besser einschätzen kann, wie die UN-Kinderrechtskonvention umgesetzt wird, gibt es noch einen weiteren Bericht. Der ergänzende Bericht, oder auch Schattenbericht, wird von der Zivilgesellschaft geschrieben. Zur Zivilgesellschaft gehören vor allem nichtstaatliche Organisationen, Vereine, Verbände und Initiativen. In einem gemeinsamen Schreibprozess schreiben diese Organisationen den Schattenbericht. Zur Zivilgesellschaft zählen aber auch Kinder und Jugendliche. Seit 2010 gibt es in Deutschland deshalb einen weiteren ergänzenden Bericht. Der Kinderrechte-Report beschreibt, wie Kinder und Jugendliche aus ihrer Sicht die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention bewerten. Der Kinderrechte-Report hat uns Kindern die Partizipation an politischen Themen, die uns betreffen, ermöglicht. Wir Kinder haben in einer vielfältigen und diversen Gruppe gemeinsam an unserer Zukunftsgestaltung gearbeitet. Senna, 13 Jahre. Diese Berichte können durch weitere unabhängig eingereichte Beiträge und Berichte ergänzt werden. Auf Grundlage all dieser Berichte kann sich der UN-Kinderrechtsausschuss für die Rechte des Kindes einen Überblick über die Situation der Kinderrechte verschaffen. Und was passiert, nachdem der Ausschuss alle Berichte angeschaut hat? Er stellt fest, was als nächstes zur Verbesserung getan werden muss und verteilt dazu Aufgaben und Empfehlungen an die Regierung. Diese Hausaufgaben werden dann einige Jahre später überprüft. Deshalb ist es wichtig, dass alle Beteiligten im Anschluss zusammenarbeiten und die Empfehlungen des UN-Kinderrechtsausschusses bis zum nächsten Bericht umsetzen. Die National Coalition Deutschland, Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, kurz Netzwerk Kinderrechte, ist ein Netzwerk aus über 100 Kinderrechtsorganisationen. Das Netzwerk macht die UN-Kinderrechtskonvention bekannt, setzt sich für deren Umsetzung in Deutschland ein und stärkt das zivilgesellschaftliche Netzwerk. Gemeinsam schreiben die Mitgliedsorganisationen den Schattenbericht und überprüfen so, wie gut Deutschland die Kinderrechte umsetzt. Was ist die Monitoringstelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte? Das Deutsche Institut für Menschenrechte setzt sich dafür ein, dass Deutschland die Menschenrechte im In- und Ausland einhält und fördert. Das Institut begleitet und überwacht zudem die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und der UN-Kinderrechtskonvention und hat hierfür entsprechende Monitoringstellen eingerichtet. Die Monitoringstelle der UN-Kinderrechtskonvention begleitet die Umsetzung der Kinderrechte in Deutschland. Monitoring heißt Beobachtung. Das heißt, die Stelle beobachtet und überwacht die Umsetzung der Kinderrechte. Kinderrechte in der EU Was ist die EU? Die Europäische Union, EU, ist ein Verbund von 27 Ländern, die sich zusammengeschlossen haben, um zum Beispiel den Handel untereinander oder das Reisen und Arbeiten einfacher zu machen. Die Länder der EU möchten den Frieden erhalten und sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel, wenn manche Länder weniger Geld haben als andere. Die EU-Länder teilen die gleichen Werte. Sie wollen sich also beispielsweise besonders für Menschen- und Kinderrechte einsetzen. Kinderrechte und EU Kinderrechte spielen in der EU eine große Rolle. Wir finden sie an unterschiedlichen Stellen. Zum Beispiel verspricht der Vertrag über die EU, dass Kinderrechte geschützt werden müssen. Artikel 3 Auch in der EU-Grundrechte-Charta geht es in Artikel 24 um die Rechte der Kinder. Darin steht, wenn auch ziemlich schwierig geschrieben, dass Kinder geschützt und gefördert werden sollen. Auch steht dort, dass erwachsene Kinder zuhören sollen, wenn sie etwas sagen möchten. Über das Gesagte sollen sie dann nachdenken und es mit anderen Ideen und Gründen abwägen. Bei einer Entscheidung muss dann ein wichtiger Punkt sein, dass es den Kindern dabei gut geht. Und das gilt in allen Bereichen. Also zu Hause, in der Schule, im Gericht oder bei Behörden. EU-Kinderrechtsstrategie und EU-Kindergarantie Damit die EU und ihre Mitgliedstaaten sich noch besser um die Rechte der Kinder kümmern können, haben sie sich die EU-Kinderrechtsstrategie und die EU-Kindergarantie überlegt. Die EU möchte damit unter anderem erreichen, dass es allen Kindern gut geht und kein Kind in Armut aufwachsen soll. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben, lernen können, gesund sein und ohne Gewalt groß werden. Kein Kind soll ausgeschlossen werden. Dafür sollen sich die EU-Länder mehr anstrengen. Auch sollen die EU-Länder jungen Menschen mehr erklären, ihnen mehr zuhören und ihren Rat annehmen und umsetzen. Die EU will junge Menschen deshalb in den nächsten Jahren immer wieder fragen, wie gut es mit der Umsetzung in ihren Ländern klappt. In Deutschland wird die Europäische Kindergarantie durch den nationalen Aktionsplan Neue Chancen für Kinder in Deutschland umgesetzt. Bis zum Jahr 2030 soll jedes benachteiligte Kind in Deutschland Zugang zu guter Bildung und Betreuung, angemessenem Wohnen, gesunde Ernährung und Gesundheitsversorgung haben. Die Kinderschancen-Koordinatorin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend kümmert sich darum, dass alle Verantwortlichen gut zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Dafür wird sie auch mit vielen Kindern und Jugendlichen sprechen und ganz genau zuhören, was gut läuft und wo etwas verbessert werden muss. SENA 13 setzt sich schon lange für Kinderrechte ein. Vor allem das Recht auf Beteiligung liegt ihr am Herzen. Im März 2022 wurde sie in den New World Child Children's Council, ECC, berufen. Wir haben mit ihr über ihr Engagement gesprochen. Hallo SENA, Glückwunsch für deinen Platz im ECC. Hallo, danke. Was hat dich eigentlich motiviert, dich dort zu bewerben? Am meisten motiviert mich das Miteinander. Wenn wir alle an einem Strang ziehen, schaffen wir viel mehr. Ich habe mich vorher schon in Bielefeld und später in ganz Deutschland engagiert. Es ist schön, dies nun auch auf EU-Ebene zu tun und Jugendliche mit gleichen Absichten aus anderen Ländern kennenzulernen. Das klingt voll spannend. Habt ihr euch denn schon getroffen? Ja, wir hatten schon mehrere Videokonferenzen und im Mai haben wir uns das erste Mal für ein verlängertes Wochenende in Brüssel getroffen. Und was habt ihr da so gemacht? Die vorherigen Mitglieder des Konzils haben uns eine Einführung gegeben und wir haben viele Workshops gemacht und uns mit den Aufgaben des ECC auseinandergesetzt. Was sind denn die Aufgaben des ECC? Gemeinsam schauen, wo es auf europäischer Ebene Probleme mit der Umsetzung der Kinderrechte gibt und versuchen sie dann gemeinsam zu lösen. Wie arbeitet ihr denn zusammen und wie entscheidet ihr, welche Themen gerade wichtig sind? Wir werden uns in den nächsten zwei Jahren einmal im Monat treffen, um dort unsere Themen und Aktivitäten zu besprechen. In jedem Fall werden wir uns mit dem Schulsystem befassen und mit der Situation von den Kindern aus der Ukraine und mit Fluchterfahrung. Vielen Dank für dein Engagement, liebe Senna. Wir sind gespannt, was der ECC so in den nächsten zwei Jahren macht. Viel Spaß dabei! Danke! Deutschland entsendet VertreterInnen in das Europäische Parlament. Welche, welcher Abgeordnete aus deiner Region sitzt im Europaparlament? Name Wie kannst du deine, deinen Abgeordnete, Abgeordneten erreichen? Kontaktdaten Schreib eine Frage auf, die du deinem, deiner Abgeordneten gern stellen würdest. Die Broschüre wird gemeinsam vom Netzwerk Kinderrechte und dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Zusammenarbeit mit Kika herausgegeben. Die Broschüre richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Deswegen war sofort klar, Kinder und Jugendliche sollen aktiv an der Broschüre mitarbeiten. Ein Team von Jugendlichen hat die Broschüre und die Inhalte mitgestaltet. Da war's. 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 Bis zum nächsten Mal.